Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Trotz Länderspielpause ist mal wieder einiges los auf Schalke. Unter anderem geht es um unsere aktuell verliehenen Spieler, denn dort gibt es Neuigkeiten zu, mit wem am Plan und mit wem auch nicht. Und am heutigen Tage kam auch nochmal eine Meldung hoch, die extrem interessant ist für die Zukunft von Alex Kral. Denn möglicherweise gibt es doch noch eine reelle Chance für uns, ihn weiterhin zu behalten. Ansonsten gibt es auch ein neues Talent für unsere Jugend, zudem auch dort eine Vertragsverlängerung und auch nochmal lobende Worte für Henning Matriciani. All das und mehr haben wir heute bei den aktuellen Schalke News. Legen wir erstmal los mit unserer Nummer 41, Henning Matriciani. Der ist ja mittlerweile angekommen in der deutschen U21-Nationalmannschaft. Am Freitag geht es ja dann gegen Japan. Einige Tage später ist man in Rumänien zu Gast und dort könnte ja dann Matriciani sein Debüt für die U21 feiern. Und ich denke mal, das hätte er sich auf jeden Fall verdient. Und Matriciani ist ja aktuell wirklich sehr präsent in den Medien, weil viel über ihn gesprochen wird, weil er aktuell gute Leistungen zeigt, einen ungewöhnlichen Karriereweg hat. Und deswegen gibt es ja auch aktuell viel Wirbel um seine Person. Und auch Thomas Reis hat nochmal gegenüber der Watz betont, dass es medial schon wirklich alles sehr viel gerade ist für Matriciani. Und es aber eben auch dort umso wichtiger ist, dass unser junger Innenverteidiger eine richtig gute Einstellung hat. Denn zum Beispiel ist ja Matriciani ein sehr, sehr ruhiger Typ, sehr botenständig. Und deswegen sieht auch Reis überhaupt keine Gefahr, dass Matriciani neben dem Platz irgendwie abheben könnte. Ich bin froh, dass Henning sehr vernünftig und bodenständig ist. Er ist sehr geerdet. Und umso glücklicher ist eben auch Reis, dass sich Matriciani diese Nominierung auch verdient hat. Er hat sich das absolut verdient. Man kann darauf stolz sein. Die U21 hat ein paar Spieler nach oben abgegeben. Dadurch sind andere nachgerückt. Henning hat bei uns ein paar Spiele gemacht, die sehr ordentlich waren. Und ich denke mal, so kann man das am Ende auch auf jeden Fall einordnen. Matriciani hat sich ja vor allem mit der Grätsche gegen den BVB kurz vor Schluss bei uns sicherlich nochmal mehr in die Herzen gespielt. Ist einfach ein super Typ, der sich immer reinschmeißt, der alles gibt für unseren Verein. Und deswegen gönnen wir ihm auch sicherlich alle, dass er nun mal bei der U21-Nationalmannschaft mit dabei ist. Mit dabei auf Schalke ist auch in der kommenden Saison ein Neuzugang in unserer U23. Denn wie Schalke gestern offiziell mitgeteilt hat, wird ab Sommer der Innenverteidiger Malik Talabidi Teil unseres Teams von Trainer Jakob Fimpel. Talabidi ist ehemaliger deutscher U20-Nationalspieler, stand zuvor in der Schweiz beim FC Will unter Vertrag und stammt aus den Jugendabteilungen von Rot-Weiß Erfurt und RB Leipzig. Und bei RB Leipzig hat er eben damals den Sprung aus der U19 in die Profimannschaft nicht geschafft, obwohl er dort als großes Talent galt. Und deswegen ist er eben dann in die Schweiz gewechselt. Dort ist das Kapitel aber auch schon im letzten Sommer beendet gewesen, wodurch sich Talabidi eben auch schon seit etwas längerer Zeit bei Schalke fit hält. In der Winterpause hat er eben auch schon zudem zwei Testspiele für unseren Nachwuchs absolviert. Ab der kommenden Saison ist eben er dann auch ein ganz fester Teil unserer Mannschaft und kann natürlich mit seinen 21 Jahren ein durchaus interessantes Talent sein. Und darüber hinaus wurde auch der Vertrag mit dem Offensivspieler Nelson Amadi verlängert. Über die Laufzeit hat Schalke hier keine Angaben gemacht. Der wiederum ist ja 22 Jahre jung, aus der Niederlande, im letzten Sommer ablösefrei zu Schalke gewechselt. Ein Flügelspieler mit einer guten Technik, mit viel Tempo, hat sich bislang noch nicht so wirklich durchsetzen können. Nur sechs Spiele, ein Tor, eine Vorlage, aber trotzdem glaubt man auf Schalke weiterhin an ihn und ist eben auch froh, dass man mit Talabidi einen Neuzugang bereits an Bord hat. Malik ist ein variabel einsetzbarer Defensivspieler, der mit seiner Schnelligkeit und Zweikampfstärke überzeugt. Wir freuen uns, dass er ab Sommer auch in Pflichtspielen dabei sein wird, sagt auch nochmal Matthias Schober, unser Direktor Knappenschmiede und Entwicklung. Blicken wir nun mal auf die Entwicklung unserer verliehenen Spieler, denn dort gibt es sehr interessante Updates, wie man aktuell auf jeden Fall auf Schalke mit denen plant. Denn in Summe sind ja acht Spieler aktuell verliehen. Allesamt wären ja rein theoretisch ab dem 1.7. wieder Schalker, aber natürlich ist da die Frage, haben sie wirklich eine Zukunft bei uns auf Schalke? Und die Bild-Zeitung hat nun mal rausgefunden, mit wem man auf Schalke wieder plant und wer sich eben auch einen fixen Klub suchen muss und damit auf Schalke keine Rolle mehr spielt. Auch hier wieder, wie so oft bei der Bild-Zeitung, wenn ihr das nicht hören wollt, dann skippt weiter. Aber trotzdem, auch wenn es die Bild-Zeitung jetzt mal behauptet, ist es sehr interessant, was es eben dort für News zu gibt. Denn fest eingeplant für die nächste Saison ist auf jeden Fall Marvin Pieringer und das auch Liga-unabhängig. Er hat ja für Paderborn in 21 Pflichtspielen zwölf Tore gemacht und acht vorbereitet, sprich 20 Scorer in 21 Spielen. Und laut der Bild freut man sich auch bei Schalke auf ihn und er soll auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Meiner Meinung nach auch auf jeden Fall die vollkommen richtige Entscheidung. Auch ich habe ja schon gesagt, für mich ist Marvin Pieringer auch vom Spielertyp jemand, der auch sehr, sehr gut in die Systematik von Thomas Reis reinpassen könnte und eben auch jetzt in der zweiten Liga gezeigt hat, was er kann. Sollte man absteigen, würde ich ihn auf jeden Fall einplanen. Aber auch wenn man in der Liga bleibt, finde ich, hat Pieringer auf jeden Fall die Chance, sich auf Schalke durchzusetzen. Und auch ein weiterer Spieler, der aktuell in der zweiten Liga auf dem Platz steht und eben auch dort funktioniert, soll zurückkommen. Und zwar Florian Flick. Der ist ja im Winter zum 1. FC Nürnberg gewechselt, nachdem er eben dann auch unter Thomas Reis nicht mehr die allzu große Rolle gespielt hat. Und bislang hat sich die Laie vollkommen ausgezahlt. Flick stand jede Sekunde in der zweiten Liga auf dem Platz im Pokal. Vielleicht haben es einige von euch gesehen, hat er ja eine rote Karte gesehen, sich aber auch dort für die Mannschaft geopfert mit der Notbremse. Also der funktioniert in Nürnberg einfach richtig gut. Und deswegen würde ihn auch der FCN sehr, sehr gerne halten. Nach Bildinformation hat auch die TSG Hoffenheim vor einigen Wochen mal angeklopft. Flick stammt ja aus Mannheim, also aus der Gegend ungefähr rund um Hoffenheim. Wäre vielleicht auch durchaus interessant. Aber laut der Bild plant Schalke den Sechser fest ein. Und wenn man dann mal so sieht, wehen wir auf der Doppel 6 Aktulaben mit Kral und Kraus. Ist natürlich beim Abstieg so, dass beide weg sind. Und beim Klassenerhalt Kraus auf jeden Fall bleibt. Aber daneben ein Platz frei werden könnte. Auch für mich die vollkommen richtige Entscheidung, Florian Flick wieder einzuplanen. Offen ist auf jeden Fall die Zukunft bei Blendi Idrissi und Kerem Echala Nuklu. Denn die werden im Sommer auf jeden Fall erstmal grundsätzlich zurück zu Schalke kommen. Und wollen auch unbedingt Thomas Reis von sich überzeugen. Denn auch in den Live-Verträgen wurden ganz bewusst keine Kaufoptionen mit eingearbeitet. Beide Spieler wollen unbedingt den Durchbruch auch bei Schalke schaffen. Möglich ist aber hier sicherlich auch, dass ihre Zukunft von der Liga-Zugierigkeit abhängt. Und das sind für mich auch nochmal zwei spannende Personalien. Idrissi und Krala Nuklu sind für mich schon nämlich zwei Rotationsspieler, die in der zweiten Liga da auf jeden Fall nicht unwichtig waren. Beide haben aber jetzt auch bei ihren Live-Vereinen durchaus schweren Stand. Idrissi konnte sich in Regensburg nicht so wirklich durchsetzen. Krala Nuklu hat erst noch viel gespielt, seit dem Trainerwechsel aber auch nicht mehr. Trotzdem ist natürlich auch hier vor allen Dingen auch bei Idrissi, finde ich, die spannende Frage. Hat er denn trotzdem eine Chance, weil ja Thomas Reis ihn noch gar nicht kennt? Und wenn man dann Idrissi als günstigen Backup, als Kreativspieler hätte für die 10er-Position, finde ich das hinter Rodrigo Salazar gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht sogar mal in der Bundesliga es zu probieren mit Blendi Idrissi. Weil ich finde, er schon auch Ansätze gezeigt hat, vor allem auch am Ende der vergangenen Saison, die ihn als Joker, als Kaderergänzung, finde ich, auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt sind. Bei Kerem Chalanuklu hoffe ich auch immer noch persönlich auf eine Zukunft bei Schalke. Da sehe ich es aber sogar nochmal einen Ticken schwieriger, eben auch bedingt dadurch, dass ihn ja Reis bereits kennt. Und klar ist, dass auf jeden Fall die anderen verliehenen Spieler gehen soll. Und da ist ja zum einen Can Bostuan. Er galt ja als großes Talent, soll aber jetzt auf jeden Fall den Klub endgültig verlassen. Er ist ja aktuell verliehen zum FC Utrecht, spielt dort auch eine gute Saison. Aber trotzdem will wohl Utrecht nach Bildinformationen die Kaufoption in Höhe von 1,7 Millionen Euro nicht ziehen. Sie wollen ihn trotzdem behalten, haben wohl auch schon ein Angebot abgegeben von ca. 1 Million Euro. Aber das hat Schalke wohl abgelehnt, weil man dann eben doch schon ein bisschen mehr Geld haben wollen würde für Can Bostuan. Hier wird jetzt auf jeden Fall weiterhin verhandelt. Kaufoptionen gibt es ja auch bei Reinhold Ramftel, Dries Wautas und Jordan Larson. Und hier ist auf jeden Fall klar, alle drei sollen im Sommer auf jeden Fall gehen. Gut möglich, dass wir noch bei Reinhold Ramftel aus Travien gerne zuschlagen würden. Die Kaufoptionen beträgt bei Ramftel 0,6 Millionen, bei Wautas 1,3 Millionen und bei Larson 2,2 Millionen. Ich denke mal, bei Ramftel ist eine Summe um die 500.000 Euro durchaus drin. Wautas, glaube ich, muss man ablösefrei ziehen lassen. Alles andere ist nicht realistisch. Bei Larson, ja, kann man sicherlich ein bisschen Glück, eine bis zwei Millionen Euro schon bekommen. Trotzdem ist auch klar, es liegt viel Arbeit vor Peter Knebel und Co. Aber vor allen Dingen Marvin Pieringer und Florian Flick wieder einzuplanen, ist meiner Meinung nach die vollkommen richtige Entscheidung. Und wem man auf der 6er Position natürlich auch sehr gerne einplanen würde, ist Alex Kral. Und bislang war es ja eigentlich so, dass ein Verbleib von ihm auf Schalke nahezu unmöglich schien, weil sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft und er natürlich auch gezeigt hat, dass er auf jeden Fall ein Spieler ist, der in eine erste Liga gehört. Und deswegen war ja die große Frage, hat Schalke überhaupt eine Chance, ihn zu halten, selbst wenn man in der Bundesliga bleibt? Peter Knebel hat ja bereits betont, dass sich, wenn sich eine Möglichkeit ergeben sollte, man ihn auch sehr, sehr gerne behalten würde und Schalke das auf jeden Fall probieren möchte. Und eine solche Chance könnte sich möglicherweise nun auch unter Umständen ergeben. Denn folgender Hintergrund. Aktuell dürfen ja Spieler, die in der russischen Liga auflaufen, ihren Vertrag für ein Jahr aussetzen, wenn sie eben nicht aus Russland stammen und in dieser Zeit für einen anderen Verein auflaufen. Diese Regelung hat ja Schalke genutzt, um Kral im Sommer sozusagen von Spartak Moskau auszuleihen. Ist halt, wenn man so möchte, eine Einjahresleihe ohne Kaufoption. Und deswegen müsste ja dann logischerweise Kral im Sommer Schalke wieder verlassen. Wie man aber nun hört, geht die Tendenz der FIFA dahin, diese Regelung, um ein weiteres Jahr zu verlängern. Das berichtet die Sportbild. Und daraus würde natürlich resultieren, dass Kral auch ein weiteres Jahr sozusagen ablösefrei per Laie zu haben wäre und somit Schalke ihn dann doch behalten könnte. Voraussetzung ist aber natürlich hier ganz klar der Klassenerhalt. Sonst hat man keine Chance und sicherlich gibt es auch dann weitere Interessenten. Aber Schalke hätte dann auf jeden Fall wieder eine reelle Chance. Und was zudem nochmal sehr interessant ist. Der Vertrag von Alex Kral bei Spartak endet im Sommer 2024. Sprich, theoretisch könnte Schalke ihn dann in der nächsten Saison erneut günstig ausleihen für ein Jahr, um ihn dann ablösefrei im Sommer 2024 fest zu verpflichten, wenn man das so sagen möchte. Eine unglaublich interessante Geschichte, wie ich finde. Denn Kral hat uns sicherlich mittlerweile alle überzeugt. Auch wenn er natürlich immer nochmal schwankende Leistungen mit drin hat, ist aber auch normal, wenn du zum einen ein junger Spieler bist und halt mit unserer Mannschaft im Abstiegskampf steckst, dann spielt sie auch nicht jedes Spiel überragend. Aber trotzdem ist das natürlich schon ein Spieler, der einen Unterschied ausmachen kann. Und deswegen würde es mich schon freuen, wenn wir dann doch noch eine Chance darauf hätten, ihn ein weiteres Jahr zu halten. Ist für mich aber wirklich auch nur realistisch, wenn wir in der Liga bleiben und es diese Sonderregelung weiterhin gibt. Ich glaube nicht daran, dass wir ihn jetzt irgendwie für zwei, drei, vier Millionen Euro festerpflichten können. Denn glaube ich nicht dran, auch nicht, dass Spartak Moskau da mitmachen würde. Dann gibt es vielleicht noch Interessenten, die einfach mehr zahlen könnten. Wenn man ihn dann für ein weiteres Jahr so bekommen könnte wie jetzt, dann hat man sicherlich mal grundsätzlich eine Chance, Kral länger zu halten. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den verschiedenen Themen in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Annali Schalker.